Links abbiegen auf Neuling-Gasse. Danke, Gerald. Nach 300 Metern links abbiegen auf Landstraße Hauptstraße. Links abbiegen auf Landstraße Hauptstraße. So, jetzt machen wir ein Highlight. Das wäre live auf einem kleinen Video. Minimum 1 Minute und Maximum 5. flix-Siehlich. K. hurtig. Wißig. Dessert. Ich war glücklich. Wißig. Wißig. Nach 200 Metern rechts abliegen auf Kunstmann-Gasse. Sie denkt nichts, da kommt ein Auto. Sie schaut mir an, ich schau sie an. Rechts abliegen auf Kunstmann-Gasse, dann rechts abliegen auf Erzberg-Straße. Nächste. Rechts abliegen auf Erzberg-Straße, Platz der sozialen Sicherheit, dann links abliegen auf Kübis-Gasse. Und da ist es auch ein paar Mal. Und da ist es auch ein paar Mal. Danke für die Zuschauer. Danke, danke. 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 Und da habe ich so gelacht. Oh, links, hier, um 4 Milliläuen, diese kleine Gasse. Okay, ich hätte anders fahren, danke. Dort gehen wir auf. Nehmen wir noch einen Kanal. Rechts abbiegen auf Erdberger Lände, See 227.